hey leute hier ist ihab und heute machen wir die dritte poko training in mein zimmer also heute machen wir sachen auf dem bett einfach und kreativ aber zuerst lasst es aufwärmen ok langsam und jetzt rechnen das glänke aufwärmen das glänke kreisen genauso wie immer an der richtung und jetzt mit dem bein ganz im bein kreisen in die andere richtung also fußgelenke kreisen jetzt höfte kreisen jetzt die armen so ok also jetzt fangen wir langsam an erster trick kong oder katze also wie ihr das gesehen habt zuerst die armen und dann einfach springen und dann zwischen die armen lernen ok und jetzt kommen wir jetzt von oben bis hinten ganze machen probieren wir das jetzt können wir speed step machen also einfach ganz langsam und so probieren wir das schneller ok und jetzt probieren wir die lazy linker arm oder rechter arm wie ihr wollt und dann wir wollen so machen und dann durchgehen machen wir das langsamer link und dann zuerst einfach springen so wird ja probieren mit dem richtigen arm wirklich auch am ende zu kicken und durchgehen links durchkicken wir wollen eigentlich diese trick lernen aber zuerst machen wir ein paar tipps wie immer erstes tipp also das oben also arm nach hinten komplett nehmen und die auf den matten so legen wir wollen wir wollen mit dem bein und die armen gleichzeitig kicken also eine kleine wolle zuerst und wir wollen hier mittel lang denn kannst du genauso wie vorher einfach mit dem bein und mit dem armen kicken der letztes move machen wir jetzt eine rolle aber kreativ immer so lassen und wieder rechter arm oder linke arm wenn du deinen armen an der mauer gelassen hast dann versuchst du jetzt durch springen gleichzeitig da zu lang und dann rolle machen aber zuerst nur das lernen das geschafft hast dann machst du die wolle mein bett ist immer noch da und jetzt wir sind fertig jetzt mache ich ein paar kraft oben und dann den 10 bis 15 mal 10 bis 20 10 bis 15 liegestütze eigentlich plank gehen wir in der mitte so in die andere richtung auch den und squeeze ok und wir sind fertig jetzt ich hoffe das video hat ich 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 ich